Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. In Sachen Transfers war es ja bislang bei uns auf Schalke relativ ruhig geblieben. Studinov ist zurück, Niklas Tauer ist gegangen, aber so langsam kommt dann nochmal so richtig Bewegung rein. Es könnte so sein, dass noch mehrere Transfers getätigt werden. Eine Ausleihe von Jasenekeren ist ja mittlerweile auch fix, über die wir hier logischerweise nochmal sprechen. Und auch seit Shiro Kosuki wird Schalke wohl noch verlassen. Ansonsten gibt es aber auch Interesse an zwei Spielern unserer dritten Liga plus auch einem Stürmer aus Österreich. Zudem blicken wir natürlich auch heute nochmal kurz und knapp voraus auf unser Auswärtsspiel gegen Lautern, denn auch das steht logischerweise morgen auf dem Programm. Also heute viele Themen mit dabei, wir gehen rein in die aktuellen S04 News. Legen wir erstmal los mit der gestrigen Pressekonferenz von Karel Gerrads, denn der hat natürlich dann auch gestern einige interessante Dinge erzählt bezüglich unseres Auswärtsspiels beim FCK. Generell ging es natürlich auch vor allem ums Personalupdate. Welche Spieler sind fit, welche Spieler fehlen, wer könnte möglicherweise in der Startelf stehen. Und da gibt es ja erstmal die gute Nachricht, dass Derry John Merkin zurückkehrt nach seiner gelb-roten Karte. Aber die große Frage ist eben auch, für wen wird er spielen? Denn Merkin ist natürlich ein Spieler, der bislang wirklich richtig gute Leistungen gezeigt hat. Doch Karel Gerrads hat ja immer auf ihn gesetzt und deswegen ist relativ klar, dass er auch wieder in der Startelf steht. Aber Gerrads hat auch betont, dass das für ihn eine der schwierigsten Entscheidungen überhaupt sein wird. Von Ovejan, Merkin und Moore werden eben höchstens zwei Spielen. Das sind die drei Spiele, die für die linken Seite für die zwei Positionen zur Verfügung stehen. Und da wird es auf jeden Fall spannend. Für mich ist aber Derry John Merkin ganz klar gesetzt und geht man dann rein von der Form, müsste Moore weichen und Ovejan bleibt dann möglicherweise eben auch drin. Denn ansonsten ist natürlich auch klar, dass es in Sachen Personal, in Sachen Fitness wirklich sehr, sehr gute Nachrichten gibt. Karel Gerrads hat gesagt, es gibt keine weiteren Verletzten. Man hat eine große Gruppe, mit der man arbeiten kann und damit ist er auf jeden Fall sehr zufrieden. Fehlen tun aber natürlich auch gelb gesperrt Ron Schallenberg und Marcin Kaminski morgen Abend in Kaiserslautern. Es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass Baumgartel für Kaminski in die Startelf rückt, weil er eben auch laut Gerrads lange auf seine Chance gewartet hat, er auf Baumgartel zählt. Und das macht für mich auch auf jeden Fall Sinn. Spannend wird es natürlich auch, ob Darko Schulinov eine Kaderoption sein kann. Gerrads hat dazu Folgendes gesagt. Darko ist sehr motiviert. Ich habe einen sehr guten Eindruck von ihm in den zwei Einheiten gewonnen. Und wenn ein Spieler im Kopf bereit ist, folgt der Körper oft. Und deswegen sieht es schon sehr wahrscheinlich danach aus, dass auch Darko Schulinov zum Kader gehören wird. Startelf ist sicherlich noch ein Ticken zu früh. Bei Blendi Idrissi war es also so, dass er bislang in der Trainingswoche komplett krankheitsbedingt gefiltert hat. Man wartet heute nochmal den Tag ab, ob er wieder trainieren kann oder nicht. Es wird aber auf jeden Fall eng mit dem Kader. Sebastian Polter, der ist ja wieder im Training. Mal gucken, ob er morgen dann auch im Spieltagskader dabei ist. Und wer somit verletzungsbedingt noch fehlt, sind logischerweise Assan, Uedraogo und Leo Greimel. Aber ansonsten gibt es wirklich gute Nachrichten. Interessant war, dass natürlich auch das Thema Ibrahima Cissé nochmal aufgekommen ist. Das heißt ja, er bekommt nun nochmal eine neue Chance. Auch Karel Gerrads hat wohl lange mit Marc Wilmotz über ihn gesprochen. Und auch dazu jetzt nochmal Folgendes auf der Pressekonferenz gesagt. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob es denn bei der x-ten Chance mal wirklich funktioniert, für Ibrahima Cissé überhaupt mal in eine physische Verfassung zu kommen, um Profi zu werden. Denn ja, er hat natürlich auf dem Profilevel bislang weniger Einsatzchancen bekommen. Aber er hat ja, wie man immer wieder hört, im Training genügend Chancen gehabt, sich zeigen zu können. Immer wieder war ihm klar, rein physisch ist er noch nicht so weit für den Profifußball. Und das halt mit seinen, ich glaube, 22 ist er. Das ist natürlich schon ein klares Signal. Und da muss er wirklich nachlegen. Er bekommt nochmal eine Chance, sich im Training zu zeigen. Da muss aber wohl nun auch tatsächlich jetzt bei Ibrahima Cissé tatsächlich mal was passieren. Was passieren wird auf Schalke, auf jeden Fall noch auf dem Transfermarkt. Mit Studinov ist ein neuer Spieler da. Niklas Tauer war bis gestern unser einziger Abgang. Und nun ist ja auch Justin Hekerin gefolgt. Wir hatten das Thema ja auch hier schon ein paar Mal besprochen. Auch unter anderem auf Schalke Inside Clips bei möglichen Abgängen. Und da habe ich ja immer wieder gesagt, wenn es denn Sinn macht, Justin Hekerin in eine etwas schwächere Liga zu verleihen, zum Beispiel Dritte Liga Deutschland, und der kann da wichtige Spielpraxis sammeln, dann kann das durchaus Sinn machen, weil er eben bei uns nur Nummer 3, Nummer 4 ist und auch einfach dann ein etwas höheres Level als die Regionalliga dabei wäre. Und genau das ist ja nun auch passiert. Zwar nicht in die deutsche Dritte Liga, aber dafür in die zweite Belgische Liga. Und zwar geht es für Justin Hekerin in der Rückrunde zu Padre Eisten Maas-Mechelen. Ich denke mal, den Verein kennen mittlerweile ein paar auch vom Hören her. Denn wir hatten ja bereits im Herbst, müsste es gewesen sein, als Karel Gerrads begonnen hat, ein Testspiel gegen die Belgier. Und nun geht es also für Hekerin dorthin, um Spielpraxis zu sammeln. Das hat Marc Wilmots auch nochmal klar gemacht. Spielpraxis ist gerade für junge Torhüter sehr wichtig. Mit Blick auf die Leistungsdichte in unserem Torhüter-Team haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden, die Justin bis zum Sommer mehr Einsätze ermöglichen soll. Die Erfahrungen der kommenden Monate werden Justin bei seiner Weiterentwicklung sicher helfen. Denn klar ist, Hekerin soll auf etwas höherem Niveau zeigen, was er kann. Deswegen wird er eben verliehen. Und man ist sich aber auch trotzdem bewusst, welches Talent Hekerin hat. Er braucht aber einfach dafür Spiele, um eben auch besser zu werden. Zudem hat man auch einfach auf der Torhüter-Position ein gutes Angebot mit Fährmann und Müller. Zwei potenzielle Stammkeeper. Michi Langer ist natürlich auch noch da. Plus, auch wenn für die Kaderbreite, weitere Talente aus der U23 oder U19. Und deswegen für mich auch auf jeden Fall die komplett richtige Entscheidung, Hekerin nun zu verleihen. Karel Gerrads hat das auch nochmal erklärt. Bei Hekerin ist der Fall etwas anders. Er hat mich im Training sehr beeindruckt mit seinen Qualitäten. In seinem Alter ist es wichtig zu spielen. Ich glaube sehr an sein Potenzial. Er wird verliehen nach Mars Mechelen, wird auf gutem Level spielen, kommt dann zurück und kann hier um seinen Platz kämpfen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass auch dann der Plan von Schalke aufgehen wird. Denn Mars Mechelen hat auch eigentlich einen Stammtorhüter. Also das ist natürlich auch immer dann so ein bisschen das kritische Thema. Wenn du Torhüter ausleistest, dann macht es eben auch nur Sinn, wenn sie direkt spielen. Dann muss aber halt auch der Stammtorhüter weichen. Ich hoffe, dass das auf jeden Fall da funktionieren wird. Ein Abgang, der noch nicht fix ist, aber womöglich dann auch im Laufe der nächsten Tage offiziell gemacht wird, ist der von Soichiro Kuzuki. Auch da wurde Gerrard gestern darauf angesprochen. Er hat gesagt, dass es wichtig ist für ihn zu spielen. Und deswegen ist es auch Schalker sich doch durchaus logisch, nach Lösungen zu suchen. Und diese Lösung wurde nun wohl auch gefunden. Soichiro Kuzuki steht kurz vor einem Wechsel zu Jornik Szabschre. Das ist ja der Verein aus Polen, wo auch Lukas Podolski spielt, der ja auch bei dem Hallenturnier mit dabei war. Und Karel Gerrard hat sich auch dazu nochmal geäußert, warum es bei Kuzuki aktuell überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Die Gründe dafür sind für mich schwer zu benennen. Ich kann nicht in seinem Namen antworten. Er arbeitet hart, hat Potenzial, setzt sich aber selbst zu sehr unter Druck. Und deswegen ist er eben auch für Kuzuki wichtig, bei einem anderen Verein mal wichtige Spielpraxis zu sammeln. Hier wird es sich aber tatsächlich um einen Verkauf handeln. Laut den Ruhrnachrichten beläuft sich die Ablöse auf circa 250.000 Euro. Für ihn geht es eben dann in die erste Liga nach Polen. Und da soll er sich auf jeden Fall zeigen. Ich hoffe zumindest mal darauf, dass wir vielleicht die Gelegenheit haben, eine Rückkaufoption in Indien mit einzuarbeiten. Sollte Kuzuki tatsächlich dort funktionieren? Ich finde einen Abgang durchaus sinnvoll. Über die Ablöse kann man diskutieren. Es wird wohl auch eine Weiterverkaufsbeteiligung laut Sky geben. Aber es handelt sich hier auf jeden Fall um einen Verkauf. Wenn das passiert, wünsche ich auf jeden Fall. Sollt Shiro Kuzuki alles Gute. Macht sicherlich Stand jetzt auf jeden Fall Sinn. Und somit sieht man, wird auf jeden Fall noch kadertechnisch bei uns ein bisschen was passieren. Und vielleicht öffnet das ja auch dann nochmal die Türen bei möglichen Neuzugängen. Und hier gab es dann gestern sehr interessante News von Reviersport. Denn Schalke hat Interesse an zwei Drittligaspielern von Viktoria Köln. Das wäre zum einen Luka Marseiler und zum anderen Donny Bogicevic. Beides sind Offensivspieler. Marseiler von Fortuna Köln. Wiederum steht wohl bei Schalke und auch mehreren von Viktoria Köln. Sorry an alle Kölner. Viktoria und Fortuna will man natürlich nicht vertauscht haben. Also Marseiler von Viktoria Köln steht nicht nur bei Schalke auf der Liste, sondern eben auch bei anderen Zweitligisten. Und er kann Viktoria Köln im Sommer ablösefrei verlassen. Luka Marseiler ist geboren in München, hat zwischendurch auch mal für die Bayern und Unterhaching-Jugend gespielt. Über Paderborn ist er dann bei Viktoria Köln gelandet und spielt da eine richtig starke Drittligasaison. Denn Marseiler ist dort in der Offensive gesetzt, kann sowohl auf der 10 als auch auf beiden Außenbahnen spielen. Und hat dort bislang 9 Tore erzielt und 3 vorbereitet. Ist vor allem ein extrem schneller Spieler mit einer sehr, sehr guten Technik. Und da hat auch Sky dann nochmal die ganze News ergänzt, dass auf jeden Fall Marseiler bei Schalke auf der Liste steht. Es gab auch bereits Kontakt. Es handelt sich aber hier auch um eine Frühphase der Verhandlungen. Aber er passt eben auch zum gesuchten Profil. Ein flexibler Offensivspieler, variabel einsetzbar, beidfüßig bezahlbar mit ordentlich Tempo. Und das bringt er auf jeden Fall mit. Sein Vertrag läuft aus. Laut Sky ist aber auch ein Winterwechsel möglich. Und da kann wohl auch noch in den nächsten Tagen was passieren. Marseiler wäre auch offen, den Verein im Winter zu verlassen. Und gegenüber der Watz hat seinem Berater Anfang Januar auch nochmal Folgendes gesagt. Aus Respekt vor den vertrauensvollen Gesprächen mit den Vereinen gebe ich keine Wasserstandsmeldungen ab. Fakt ist aber, dass er sich in Sampen nicht gespielt hat. Er wird ab dem 1. Juli in der 1. oder 2. Bundesliga spielen. Gut, klar, 1. Liga ist natürlich für den Drittligaspieler schon ein sehr großer Schritt. Vor allem, weil natürlich Marseiler mit seinen 26 Jahren noch nicht mehr ganz so jung ist und auch schon im Februar 27 Jahre alt wird. Aber ich finde es erstmal grundsätzlich gut, dass Schalke auch in solchen Ligen scoutet. Denn da gibt es eben immer mal wieder interessante Spieler, die uns auch einfach helfen können und auch einfach günstig sind. Also wer da jetzt irgendwie direkt grundsätzlich sagt, dritte Liga spielt aus Sol, macht gar keinen Sinn. Was sollen die uns Schalke helfen? Ich glaube schon, dass sie uns helfen können. Und ganz interessant ist eben, dass nicht nur Luka Marseiler von Viktoria Köln bei uns auf dem Zettel steht, sondern auch sein Mittelfeldkollege Donny Bogicevic. Der ist auf der 10er-Position oder 8er-Position zu Hause, sprich er ein zentraler Mittelfeldspieler, stammt aus Gießen und hat in der laufenden Drittligasaison in 16 Spielen 4 Tore erzielt, mit zwei vorbereitet und ja, ist dann grundsätzlich mal ein interessanter Spieler. Zu dem kann ich jetzt nochmal weniger sagen, weil ich ihn persönlich auch nicht kenne. Luka Marseiler hatte ich durchaus auch generell auf meiner Liste, was Drittligaspieler angeht, die gut genug sind für die zweite Liga. Und er steht auf jeden Fall auf Schalkes Liste drauf, hat einen Marktwert von 250.000 Euro. Ansonsten ist es auch ganz interessant, dass sich Mark Wilmots und André Hechelmann eigentlich vorgestern das Spiel zwischen Viktoria Köln und Rot-Weiß Essen ansehen wollten, um eben unter anderem sicherlich die beiden Spieler zu beobachten. Man hat aber kurzfristig abgesagt. Die Infos sind auf jeden Fall so, dass beide Spieler ein Thema sein sollen, vor allem für die Kaderplanung der nächsten Saison. Aber laut Sky könnte eben, wie gesagt, bei Luka Marseiler vielleicht auch im Winter noch ein bisschen was möglich sein. Und wenn wir dann schon bei der Kaderplanung für die Zukunft sind und auch erst recht bei Offensivtransfers, hat Sky gestern berichtet, dass Schalke auch die Augen offen hält nach einem neuen Stürmer. Und hier wird der Name Maximilian Entrup genannt. Das ist ein 26-jähriger Stürmer aus Österreich vom TSV Hartberg. Und den hat Schalke wohl für den Sommer auf der Liste. Ganz interessant, Entrup hat sich in der aktuellen Saison in der ersten Liga durchgesetzt, hat starke acht Tore in zwölf Partien entzielt und drei vorbereitet. Zuvor war er in Österreich auch oftmals nur in Amateur-Ligen erfolgreich, weil er unter anderem auch bei Rapid Wien sich nicht im Profibereich durchsetzen konnte. Also hier haben wir einen, der in seiner Karriere nie aufgegeben hat, der den Weg nach oben gesucht und gefunden hat. Und das eben auch mit ordentlich Engagement und Leistungssteigerung und sich eben jetzt in Hartberg in der ersten Liga durchsetzen konnte. Mittlerweile gibt es auch deswegen mehrere Interessenten, unter anderem die beiden englischen Zweitligisten Bristol City und Ipswich Town wollen ihn gerne schon jetzt verpflichten. Und auch Holstein Kiel hat hier wohl sehr konkretes Interesse. Denn die Kieler sind auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Maximilian Entrup ist dort wohl der Wunschkandidat. Und da gibt es wohl auch bereits eine mündliche Einigung über einen Winterwechsel. Aber es ist eben noch nichts fix. Die Verhandlungen über die Ablöse laufen und auch weitere Vereine sind dran. Unter anderem eben Schalke. Und somit wäre es natürlich in der Theorie auch vorstellbar, dass Schalke vielleicht auch schon im Winter ein Angebot abgeben wird oder vielleicht schon abgegeben hat, wenn man eben weiß, dass er ansonsten zu Holstein Kiel wechseln wird. Denn hier hat auf jeden Fall Schalke Stand jetzt noch Chancen zuzuschlagen. Auch hier fällt mir eine grundsätzliche Beurteilung schwer. Er spielt rein Scorer-mäßig eine wirklich starke Saison in Österreich. Marktwert 1,5 Millionen Euro. Macht es aber dann tatsächlich für uns natürlich schwierig, jetzt im Winter ablösemäßig zuschlagen zu können. Hartberg wird ihn logischerweise auch nicht verschenken. Entrup ist mittlerweile auch Nationalspieler von Österreich. Hat unter Ralf Rangnick debütiert. Und das beim Spiel im Herbst gegen Deutschland. Und steht somit jetzt bei einem Länderspiel und hat eben auch das große Ziel, im Sommer zur EM zu kommen. Deswegen ist natürlich auch Spielpraxis ein wichtiges Gut, um natürlich auch da eine richtige Entscheidung zu treffen. Wenn ich jetzt mir die ganzen Rahmenbedingungen so ansehe, glaube ich nicht, dass wir in Sachen Winterwechsel irgendwo interessant sein werden. Zum einen, weil es für uns einfach ein Spieler ist, der jetzt nicht die direkte Top-Verstärkung ist, um jetzt irgendwie Therode, Top, Lasme, Karaman aus der Startelf rauszunehmen. Dafür wäre er auf der anderen Seite auch einfach zu teuer. Ist halt auch die Frage, inwiefern man dieses halbe Jahr sehr erfolgreicher Fußball jetzt in die zweite Bundesliga umwandeln kann, was er in Österreich gezeigt hat. Plus es gibt eben schon diese Einigung mit Holstein Kiel. Auf der anderen Seite wäre eben auch die Frage, ob ein Konkurrenzkampf wie bei uns im Sturmzentrum für Entrup förderlich ist, wenn es eben für ihn darum geht, zu EM zu kommen. Also ein interessantes Gerücht, dann sicherlich auch interessanter Name. Generell sind das aber auch halt aktuell Gerüchte, was die Offensive angeht. Und wenn im Winter jetzt noch was passiert, konzentriert man sich ja wohl auch eher auf die Defensive. Aber in Sachen Transfergerüchte ist auf jeden Fall anscheinend mal wieder einiges los. Vor allem Sky berichtet natürlich jetzt auch mittlerweile wieder sehr viel, die letzten Stunden, die letzten zwei, drei Tage. Mal gucken, was hier nächsten Tage bei uns noch so los sein wird. Und jetzt könnt ihr immer gerne eure Meinung zu den aktuellen S04 News in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Schaut auch gerne auf Schalke Inside Eclipse vorbei. Da gab es gestern die ausführliche Vorschau auf unser Spiel gegen Kaiserslautern. Und dann sehen wir uns doch hier, wie gesagt, im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. An alle Schalker. Und dann sehen wir uns doch hier, wie gesagt, im nächsten Video wieder.